gab es irgendwelche vorteile die was bachten an level 31 gebunden ich finde es so geil verwässert community tagesstische weste tarnung 1 ich fall da auf wenn ich damit in die bank gehe ist ja keine bank wenn ich bei den bank level so starte sind wir sofort erkannt very hard haben wir auch geschafft bei very hard habe ich noch keinen bulldozer gesehen doch gestern gestern war der very hard also bei schwierig habe ich immer das gefühl dass genau ein bulldozer da oben steht einer schleichen diesmal ausstattet ja so leise wie möglich und wenn es dann nicht klappt komm ich da hoch sieben aus man es eine frau ich mach dir mal im ready hier alter ok ok das mit und das trotz silencer interessant wo ist es denn diesmal wo ist es denn diesmal au das da ist er naja dann haben wir jetzt gleich was zu tun Alter, die sind schon ums, ey. Diesmal sind sie da. Nee, Destroy ist nicht. Ja, aber wie sieht das schon mal weg, oder wie sieht das aus? Ähm... Waren nicht viel mehr von dem Paket, letztes Mal? Hier oben, hier oben sind es noch... Ich mach eben hier oben, mach mal einer da unten, schnell fertig. Na, ich bringe Marcel weg. Hallo? Oh, da kommen sie. Dann komm ich sofort runter. Hat sich wieder selber angebracht, der eine. Der andere ist dafür. Ich bin dabei. Würde ich die nach oben werfen? Nein, die sind zu schwer. Du bist doch hinter euch, glaub ich. War da oben jetzt noch was, oder ist da oben leer? Äh, da oben, da waren nur zwei Kisten, aber guck noch mal schnell. Ich bin geflasht, kann ich viel machen. Werf die mal hier in Marcel. Für dich. Mein Gott, guck da öftert Geld an. Oh man, da kommen so viele, ne? Oh ja. Ja. Hier vorne sind welche. Machst du den unten wieder an? Ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Boah, ist die geil, die Waffe, Alter. Boah, hammergeil. Ist der so safe, ey? Da lacht sie. Äh, der eine ist gleich offen. Okay. Da kommt Dicke, pass auf. Und der andere dann auch gleich. What the fuck. Dass jemand explodiert neben mir. Aua, hat er dir getan. Das Spiel hier sind auf jeden Fall nochmal 3 drin. Ich würde sogar theoretisch hier oben bleiben. Alter, da schießt ihr was. Jaaa. Das ist mein Sentry Gun. Nein, was ist denn heftig? Jetzt leer's. Jaa. Die hat ja durchgeschossen und hat irgendwie nix getroffen oder so. Zumindest kam mit mir so vor. Brennt ihr was? Ja, da brennt ihr. Irgendeiner, warum brennt da was? Bulldozer, 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 bulldozer. Wer hat denn was angezündet da? Jaa. Der hat fast explodiert neben mir. Deswegen hab ich auch halb mein Leben verloren. Mein halbes Leben verloren. Bulldozer, komm, pass auf. Marcel, wir brauchen dich für den Bulldozer. Den machst du viel Schaden an dem. Ja, dann ist ein Rucksack wegkönig, was ich gesehen habe. Wird brennen. Acer. Bulldozer. Bulldozer, so ist hier vor der Hütte. Ich geh mal schnell nach oben. Was hast du denn jetzt? Warte, ich kann ihn beschießen, ohne dass er mich sieht. Da! Ich hau alles drauf, was geht auf den. Ich brauche wohl einen Amo-Bag. Hier oben hinstellen. Alter, warte, ich bin gleich tot. Ich stehe hier oben. Der Amo-Bag. Jo. Einer kommt zu dir gerannt, aufpassen. Oh Gott, der Bulldozer kommt zu mir. Ich kann leider nicht auf den durchschießen, weil die anderen hinhalten. Ja. Ah, Bulldozer, verschwinde! Ich hau alles drauf hat, geht aber. Hat den schon hart angehütet, also den dürfte nicht mehr. Wo ist der denn jetzt? Weiß er nicht, drinnen, oder? Oh Gott. Oh Mann. Egal, ich versuch. Auf, auf, auf. Brauchst du Muni? Lass mich einmal bitte einsammeln. Die ist nicht oben. Hier oben ist die Muni bei mir. Ist der tot? Wo ist der hin? Der läuft doch noch rum. Oh. Marcel? Ja? Tastaschen? Yes. Markiert ihn mal bitte, wenn ihr den seht. Danke. Hat wieder getan. Aua. Boah, gar nichts. Ich kann mit dem Sub-Machine-Dinger, wenn ich liege, durchknallen. Ja, er ist tot. Ja. Bitte helfen. Ja, Marcel, ich mach, Viktor. Ja, jetzt brauche ich auf jemanden Ammo-Bag. Oben liegt doch einer. Na ja, jetzt. Das ist echt geil, wenn ich da liege, kann ich jetzt mit dem Sub-Machine-Ding durchknallen, anscheinend mit der scheiß Pistole, ey. Ja, da kommen neue. Okay, Ammo-Bag. Bist du in meinem Baum? Nein, aber als Second-Waffe habe ich einen SMG. Ja. Ich habe SMG und Assault-Rifle, also die tun sich nicht viel, die beiden Dinger. Ach so, okay. Ja, weil ich kann, wenn ich auf dem Boden liege, mit meiner Hauptwaffe schießen. Ach so. Ja, das ist dann halt ähnlich. Au, au, au. Laser, tot. Haben wir alles raus oder müssen wir, oder? Nein. Alles wird jetzt hier nur Licht, Lichter rum. Also nein, ich meine die Safe sind alle leer, oder was? Ja, die sind alle leer. Ja, ja. Okay. Oh. Können wir irgendwo hier oben raus gehen? Hinten raus, hier oben? Ihr könnt auch hier lang, ne? Nee, geh, geh links. Geh nach, geh. Viktor, geh nach links, also hinter dir jetzt. Einfach durch. Hier, bei mir. Ja. Ja, ich hab hier die hingelegt, dass du die aufsammeln kannst, weil, sonst sind die hart im Geschossfeld, so wie der, der vorne liegt. Ich hab einen auch auf jeden Fall. Na, den kommt man ja grad kaum dran. Hä? Ich kann auch andersrum. Ja, ich hab kaum noch Moni. Guck mal, da oben liegt noch der Moni-Kasten, da oben. Ja, ich komm da grad nicht hin. Ja, der liegt da echt schlecht. Verstanden wir vorhin alle, als alle gesagt haben, hier, ich brauch Moni für den Bulldog. So, deswegen hab ich ihn da rum hingestellt. Ja. Der liegt da nicht schlecht, man muss halt nur da zurücklaufen. Und ich bin grad dabei, mit Sachen zu transportieren. Oh, keine Moni mehr. Bache wechseln. Au, 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 au. Glücklicherweise hab ich so viel Rüstung. Habt ihr den... Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat geflasht. Oh mein Gott. Wo ist denn irgendwo mal ein Hellsback oder sowas? Ich kann grad nicht. Keine Chance. Komm sie jetzt zu dir hin. Der ist irgendjemand hinter euch hier gewesen. Lass mich da hin. Ge weg, ge weg, ge weg, ge weg. Ich mein, ich muss jetzt eh einen platzieren für mich. Ich kann mich mit halbem Leben wieder bewegen. Nur mich selber nicht. Na ja, das reicht erstmal so, wie ich jetzt will. Das ist okay, das ist okay. Taser, Spock. Ne, ein Taser. So, wir haben doch jetzt fast alles. Es fehlen noch nicht mehr viele. Kriegen wir die nicht hin? Komm hier, Sack schnappen und go go go. Liegt noch einer. Na ja, Taser hier vorne? Okay. Okay, go go go. Hier liegt noch ein Sack, ne? Na ja. Okay, ich wollt's nur sagen. Da ist noch einer ohne Sack hinter uns. Ich hab Sack. Ich hab nen dicken Sack, Alter. Du hast vielleicht dicke Nüsse, aber keinen dicken Sack. Dicken Sack, dicke Säcke habe ich. Dicke Säcke habe ich. Nette Versuch. Na, ich hab gehofft. Lohnt sich auch irgendwie überhaupt nicht. Vier von sechs, wir haben grad mal maximal sieben. Kann noch nicht sein. Oh, vielleicht ist es halt unterschiedlich. Die Anzahl. Naja. Aber bei den... Ich hatte das Gefühl, wir hatten viel mehr. Letztes Mal glaub ich zwölf oder so. Aber da waren keine mehr. Machst du nix. Wenn nicht mehr da sind, sind die nicht mehr da. Ja, aber das kann... Das kann ja nicht sein. Wie viele waren denn unten? Ja, aber warte mal. Vielleicht sind die Säcke selber mehr wert. Die waren letztes Mal nicht 142.000 wert. Also... Mach rein. Auf dem Balkon waren zwei. Im Nasser waren... Drei. Und in dem anderen Laster waren... Einer. Also bin ich schon bei fünf. Wie viele waren... Ach, ein Stück haben wir. Das gab aber wesentlich mehr... Dings pro Sack. Ja. Muss man mitdenken. 142.000 pro... Sack. Treffergenauigkeit. 80 Prozent. Das ist immer so viel, Mann. Ja... Ich mein, das ist auch nicht schwer zu treffen mit der Schroffinte. Nee. Ah, FBI. Okay, dann... Ah, also ruhiger, ne? Also ich versuch's zu nix. Sag mal. Stimmt, da war ja was. Ja. Ja. Und heute der Kamera gefühlt ist, Alter. Ah. Oh Gott, dann... Also ich geh. Dem Amca Rifle. Also das niedrigste, was ich kriegen kann, ist 23. Geh an die Kamera. Muss ich auch, äh... Letztes Mal konnte ich auch nicht eintüten, oder? Ich hab gar nicht auf Ja geklickt. Ich hatte nicht auf Bereit geklickt. Weil ich wollte eigentlich nur auf Stealth gehen. Ich hab nur auf mein Ready geklickt. Ja gut, du bohrst eh nicht so, ne? Ja stimmt, du bist noch voll ausgerissen, Alter. Du wirst sofort erkannt, ey. Erstmal mal rumgucken hier. Ja, die Mission haben wir auch nur so gerade eben geschafft letztes Mal. Ja, ich erinnere mich. Erbschaft frei hat sich das Problem. Das war... Die Hunde ist grad ziemlich leer, ne? An der Tür. Mach mal auf. Ja, ich mach auf. Boah, ich mach dringend einen Suppressor, Alter. Irgendwas drin dran. Also ich hab keinen Suppressor mehr aktuell. Mein vergessen. Und jetzt? Wohin, 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 wohin. Wohin, wohin, wohin. Wohin, wohin, wohin. Ach hier! Hier links. Die Treppe hoch einfach mal. Oh ne, warte. Schlechte Idee. Seiner oder was? Rechte Idee. Kamala oder ist einer? Ne, da ist einer. Der da. Ah, okay. Ah, da vorne läuft einer. Kommt der hier hin? Ne, der ist weggelaufen. Hier, wir können gucken, ob wir den da oben ausschalten und hoffen, dass da kein anderer ist. Aber ich weiß nicht. Kann direkt eintüten. Ja, komm. Mach für dich. Da vorne ist ne Kamera. Da ist einer. Da ist ein Typ hier vorne direkt vor uns mit der Kamera mit Licht. Ja, aber wie gesagt, da wo ich hingucke, in den Raum da rein, da ist ne Kamera. Boah, also müssen wir aufpassen. Da hinten in der Ecke. Jetzt auch steht das ne Kamera. Das ist ein Typ. Oh Gott. Der Kacke. Den da hinten können wir eigentlich auch ausschalten versuchen, weil anders kommen wir an dem eh nicht vorbei. Ja, aber da rechts ist, glaub ich, direkt ne Kamera auch. Keine Ahnung, ist ja keiner. Ne, da müsste der den da sehen hier. Den hab ich markiert, oder? Ne, keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier kommt einer. Fuck, 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 fuck. Oh, knapp. Genau. Oh Gott. Komm einer hoch, pass auf. Glaub ich jedenfalls. Piep, 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 piep. Ja, sorry, ging nicht anders. Na Gott, scheiß. Wollen wir direkt nochmal neu, oder? Gut, wir erstmal weiter gucken. Wo ist er denn? Wo ist denn der Server da? Wo ist denn der Server da? Wo ist denn der Server da? So, mach du, mach du. War nicht letztes Mal auch hier? Ja. Okay. Wo kann sein. Wollen wir aufschießen. Du bist aufs Ecken. Du verbesserst den. Was? Verbessern? Nicht. Ich hab den ja gesetzt. Ganz auf die Zeit. Zwei Minuten. Okay. Na, fahr mal. Oh, hier hätte man noch was abgreifen können. Das hätte ich noch, so wird auch nicht weg. Nee, äh, nee, nee. Können wir nicht, weil der Raum ist leer. Okay. In die Nüsschen schieß ich dir, Kollege. In die Nüsschen. Ach Gott, wie heißt das denn nochmal? So. Okay. 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 Tschö, war schön mit dir. Jo. Hier läuft ein Chains rum. Noros. Okay. Einmal großes Abscheißen? Ich hab euch aber noch gehört, also mein Zell war noch da. Das ist ein anderes Protokoll. Ich hab voll auch mal gehört. In der Toilette ist auch nicht weg gewesen. Wie gesagt, das ist ein anderes Protokoll mit dem Teamspeak. Große Treppe. Große Treppe. Aber ja! Oh nein. Jawohl. Okay. Das war gut. Wie gesagt, dass ich jetzt aber schon mal ein Ableinste abgeholt habe. 40 Sekunden. Bist du am dran am... Ja, ja, ich bin dran. Au, au. Oh mein Gott, Haupteingang. Stürmen sie gerade. Okay, kann ich nichts gegen tun. Die sind im Haupteingang. Oh, was trifft mich denn hier? Ah, da oben sind sie. Oh. Okay. Äh, Sniper, da ist ein Auto. Bin dabei, bin dabei. Sniper, drückt. Äh, 160. Okay. Der war schon viel weiter oben wie deiner. Ja. Alles gleich kommen die Heavis. Oh Gott, bitte kein Bulldozer. Aua. Wir brechen gerade bei FBI, also. Tschüss. Ja, muss ein bisschen auf... Ich leg mir hier so einen Dr. Beck in den Serverraum. Da sollte er relativ safe sein. Na gut, ein bisschen halte ich noch aus. Ich muss mich dann immer... Tank für den Absturz. Oh, wir sind aus. Bei mir. Komm schon, Dallas, tu was Gutes. Gut. Ha! Irgendwas trifft mich von der Seite. Au, au, au. Ach, Mann. Dieser. 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 Das steht da drin. Ich habe meinen da auch reingestellt. Interessant, wir hatten sich da schon fleißig bedient. Vielleicht ist der weggegangen, als ich... Ich komme seit drei Minuten nicht mit dem Spiel rein, ungefähr. Vielleicht ist der rausgegangen. Stehen müssen wir hinfahren. Endlich. Vielleicht ist der weggegangen, als ich vorhin rausgeflogen bin. Wahrscheinlich. Aua. Ohne Rüstung kriegt man einfach so hart auf den Sack, ja. 25. Und disconnected. Alter. Ja, ich muss mir mal Leben nehmen. Hm, warte. Hab mir noch einen Bag zu nut. Oh. Boah. Da, hier biete ich mal auf. Das ist gut. So für Rüstung habe ich dann doch nicht. Was? Okay, habt den Server. Okay. Ja, gib mir einen anderen. Ja. Unten rechts. Hier. Am besten. Aua. Oh. Vergiss, was ich gesagt habe. Lauf, lauf, lauf über die große Treppe. Rausch. Da, Taser. Stirb halt. Okay. Go, go, go. Sind alle da? Ne. Wo geht man sich? Hä? Hä? Was denn? Der geht einen ganz anderen Weg erstmal. Hallo. Hier oben lang. Hier. Komm. Komm. Schmeiß den Server einfach da runter. Haupteingang ist gestürmt gerade. Lauf. Alles klar? Okay. Da laufen welche bei der Leiche. Ja, komm einfach. Okay. Oh, da oben sehen wir einen Sniper aufrufen. Oh, der Sniper zeigt sich darum wieder nicht. Das kennt man ja. Schaffst du? Ja, kann probieren. Also wenn da drin ein Server ist, ne? Hm. Sieht sich ein bisschen einigertisch aus dem Server. So ne Windows 98 Maschine. Ja. Die scheint ziemlich weich zu sein, so wie man die falten kann. Ach komm. Pass auf, der wollte alle reinhören. Ich hab's schon reingelaufen. Wenn wir Glück haben, nicht fliehen, aber... Ach, Scheidshose. Jawohl. Ja, ich hab's schon geschafft. Oh, gleich gibt's Dick Cash und Dick XP. Jetzt müssen wir die Mission schaffen. Das ist der Platz, Leute. Das Bank hier holt's all the Mendoza Capital north of the border. Little old... ... Vielen Dank.